So, wir haben heute einen Betriebsauswurf gemacht. Wo waren wir denn? Im Baumarkt. So, was haben wir denn? Bei Praktika ist jetzt nämlich alles günstiger. Genau, Praktika, schöne Werbung. Ja, das ist das Reality Auto 2. Richtig. Hallo Tim. Hallo Thomas. Hallo Leute. Schau bitte auf die Straße, Tim. Ja. Schau bitte auf die Straße. Schau bitte auf die Straße. Schaube! Klar, ups, Whilst sind wieder zu sexy. Share your luck and let it flow Spread your arms and watch it grow My lucky star shines for you too Sending his life to you My lucky star shines for you too Sharing his life through you And I'll show you the first offiziellen Kühlschrank Do you show us? Yes, I'll show you the one Pass on, take a second time I'll show you the one I'll show you the one So und der ist er auch schon Von der Firma Zanussi zur Verfügung gestellt Gegen ein geringes Aufgeld Jetzt sind wir sehr gespannt was in diesem Kühlschrank drin ist Ich hab echt Hunger Oh, Fanta Ja, also alles was man für eine energiegeladene Aufnahmesession alles braucht Um die nötige Energie auch wieder reinzuholen Falls es mal länger dauert Ein berühmtes Produkt einer bekannten Marke Und alles was man halt so braucht Wir stellen dir einfach ein Schweinchen oben hin So und das ist nämlich unser erster offizieller Reality Praktikant Der Hugo Sag mal Hallo Hugo